Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Letzte Woche, da gab es ja eine kurze Pause und das liegt ja vor allen Dingen daran, dass ich zeitlich wirklich jetzt in letzter Zeit im Stress war, aber das soll keine Entschuldigung sein. Deshalb möchte ich heute an dieser Stelle auch über ein Thema sprechen, das unter Umständen auch damit zu tun hat, dass letzte Woche keine Podcast-Episode rauskam. Und zwar ging es Anfang letzter Woche oder Anfang dieser Woche eigentlich für mich wieder mal in die Berge, auch mit einer kleinen Gruppe. Und im Zuge dessen sind wir auf die Simonyhütte am Dachstein gegangen. Und hier habe ich eine sehr, sehr spannende Erfahrung gemacht, über die ich euch heute etwas erzählen möchte. Keine Sorge, das wird jetzt hier keine Erlebnis-Erzählung oder keine Geschichte oder kein Erlebnisbericht, sondern eigentlich geht es um ein anderes Thema, das aber nur dadurch Sinn macht. Es ging vor allen Dingen darum, dass wir auf dem, dass wir vor allen Dingen so Hochtouren-Geschichten gemacht haben dort und uns auch den Gletscher angeschaut haben. Und in den Tagen, in denen wir dort waren, da habe ich am Nachbartisch eine spannende Entdeckung gemacht. Nämlich habe ich das allererste Mal in meinem Leben diese Bergsteigenkurse gefunden. Bergsteigenkurse, das ist etwas ganz Witziges und genau darum soll es heute gehen. Zu Beginn möchte ich aber noch eine Sache loswerden. Ich war wie schon öfters mal wieder auf der Simonyhütte und ich muss wie schon öfters diese Hütte hier an dieser Stelle auf jeden Fall mal loben. Es ist meiner Meinung nach eine der besten Hütten, die es in den Ostalpen gibt. Es ist der perfekte Mix aus einer Hütte, die etwas ursprünglicher wirkt, etwas, ich sage jetzt mal, traditioneller in ihrem Aufbau und nicht so ganz auf modern gebürstet und immer noch so einen gewissen Hüttencharme und gewissen Hüttenflair hat, noch nicht diese Massenabfertigung liefert, die es sonst so oft gibt und vielmehr darauf setzt, dass trotzdem das Personal immer noch recht herzlich ist und alles in einem kleineren Rahmen stattfindet, aber dennoch die Hütte relativ neuwertig wirkt, aber nicht so übertrieben auf Hotel gebürstet, sondern eben doch mehr im Stil einer alten Berghütte. Berghütte, alles schön aus Holz, die Lager sind wunderschön, vor allen Dingen nach Corona wurden die ja auch nochmal ein bisschen umgebaut oder während Corona. Die sehen jetzt deutlich besser aus, sind etwas geräumiger für die Leute und nicht mehr so ganz so eng zusammengepfercht, aber auch die Zwei- und Zwei-Bett-Zimmer, die Vier-Bett-Zimmer, diese ganzen Zimmer sind wahnsinnig schön und das Essen ist extrem gut und die Preise sind sehr, sehr angemessen. Zumindest dieses Jahr noch auf jeden Fall. Es gab zwar die Ankündigung, dass es ab nächstem Jahr Preiserhöhungen geben wird, aber so wie es dieses Jahr noch war und wie es auch schon die letzten Jahre war, ist die Simony-Hütte meiner Meinung nach eine der besseren Berghütten in den Ostalpen und gehört auch für mich zu den Besten der Ostalpen. Deshalb, falls ihr dieses Jahr, solange sie noch geöffnet haben, einen Besuch dort tätigen wollt, dann macht das auf jeden Fall oder eben nächstes Jahr oder wie auch immer, aber man sollte sich die Simony-Hütte mal angesehen haben, man sollte den Flair dieser Hütte einfach mal ein bisschen erlebt haben. Es ist nicht alles perfekt, aber definitiv ist das meiste sehr, sehr gut und großartig und vor allen Dingen die Lage ist wirklich schön. Man kann da sehr viele tolle Sachen machen, von Klettern über Hochtouren bis zum normalen Wandern ist im Prinzip da alles drinnen und das finde ich halt sehr, sehr schön an dieser Hütte als Ausgangsort für viele tolle Touren und Projekte. Und wofür die Simony-Hütte eben auch bekannt ist, das ist eben dieses Kursangebot, das sie haben. Also viele Bergschulen und private Bergführer sind nach der Simony-Hütte unterwegs, weil viele Leute halt sagen, sie wollen mal auf dem Dachstein stehen, sie wollen Hochtouren lernen, sie wollen mal auf dem Jadstein stehen, sie wollen mal ein bisschen klettern gehen und so weiter. Da ist die Simony-Hütte einfach ein guter Ausgangspunkt dafür, genauso wie die Südwandhütte am Dachstein eben ein guter Ausgangspunkt für Südwandtouren in der Dachstein-Südwand ist. Und genau da möchte ich heute ein bisschen einhaken und möchte über eine spannende Erfahrung reden, denn es ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich live einen Kurs gesehen habe, der sich mit dem Thema Bergsteigen beschäftigt. Und das ist auch so ein bisschen ein kleiner Wink an mich selber gewesen, denn es gab ja auch mal im YouTube-Kanal den Bergsteigen-Grundlagenkurs, wo ich sehr viel Basics zum Thema Bergwandern erklärt habe und sehr viel Basics zu dem Thema Ausrüstung vielleicht auch, aber auch, wie verhält man sich im Gebirge, was sind, ich sag jetzt mal, Umgangsformen miteinander mit dem Berg und so weiter. Es gab ja wirklich viele Videos dazu in diesem Grundlagenkurs und deswegen fand ich das ja spannend, als ich dann vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal von einem Bergsteigen-Kurs gehört habe. Das war noch vor der Zeit, als ich die, nein, Moment, nein, das war nach der Zeit, also die Bergsteigen-Grundlagenkurs habe ich angefangen, bevor ich überhaupt gewusst habe, dass es solche Kurse gibt. Erst danach fiel mir auf, aha, es gibt da sogar ein Kursangebot, das man einfach buchen kann und da kriegt man dann alles zum Thema Bergsteigen gelernt. Verkauft wird das Ganze relativ unterschiedlich. Es gibt Bergsteigen-Kurse, die werden verkauft für Leute, die schon ein bisschen Basic-Erfahrungen in den Bergen haben, aber dann letztlich, ich sag jetzt mal, im großen Stil noch alles andere lernen wollen und sozusagen die Fachkenntnisse erwerben wollen. Dann gibt es Bergsteigen-Kurse, die sind für Anfänger und wirklich so für die, ich sag jetzt mal, für die Leute aus dem Flachland, die noch nie einen Berg gesehen haben, aber jetzt da mal einsteigen wollen und so weiter. Und ich möchte mir am Anfang, bevor wir auf die inhaltlichen Punkte eingehen, auch ein bisschen auf die, ich sag jetzt mal, naja, wirtschaftlichen Aspekte eingehen. Denn für viele Leute, die in die Berge gehen, ist der Faktor Wirtschaftlichkeit und, ich sag jetzt mal, die monetären Möglichkeiten natürlich entscheidend, gerade in den Zeiten, in denen es mit dem Geld ja insgesamt recht knapp wird. Da sollte man sich doch überlegen, ob die, ja, ob die Wirtschaftlichkeit eines Kurses und das Angebot eines Kurses wirklich notwendig ist oder ob es vielleicht auch ohne gehen würde. Und hier ist es gar nicht so leicht, eine eindeutige Antwort zu geben, aber man muss sich das eben auch bei jedem Kurs für sich allein anschauen. Ich hab da ja, ich sag jetzt mal, nicht eindeutige Meinungen, aber doch eher klarere Meinungen bezüglich dieser Kategorien, aber pauschalisieren ist hier nicht richtig, denn innerhalb dieser einzelnen Kursangebote gibt es auch Bergeführer und auch Alpinschulen, die einen Wert darauf legen, dass man besser betreut wird und dass man mehr und ganzheitlicher etwas lernt als nur dieses eine Topic. Und da gibt es Kurse, bei denen ist das sehr stupide und stur wird das gemacht und da gibt es überhaupt keinen Mehrwert für die Leute, außer das bisschen, ich sag jetzt mal, talkende Theorie einfach nur mal in der Praxis gezeigt. Und diese Unterschiede bei den einzelnen Alpinschulen machen natürlich auch eine pauschale Verurteilung oder Vorverurteilung in der Alpinschule vollkommen schwer und aber auch unnötig und falsch. Deswegen gehen wir mal weg von einem Kritikpunkt der Alpinschule per se. Man muss auch überhaupt nicht davon reden, von welcher Alpinschule dieser Kurs da jetzt war. Man sollte viel mehr festhalten, dass es sich hier um ein systematisches Problem handelt. Wenn man jetzt sich die Hochturmkurse beispielsweise anschaut, da gibt es eben, wie schon gerade gesagt, die Anbieter, die sich das Ganze ein bisschen ganzheitlicher anschauen mit den Leuten und dann gibt es halt die Kurse, wo quasi einfach nur die Theorie aus den Büchern in die Praxis übertragen wird und dann viel Spaß damit. Das ist ein gewaltiger Unterschied für die Berge. Das wird wahrscheinlich vielen von euch auch einleuchtend sein, dass das einfach etwas anderes ist, ob ich einfach nur eine Theorie in die Praxis umsetzen kann, also die lose Rolle in einem Buch lesen kann oder in einem Video sehe und dann zeigt mir nochmal jemand, wie das in der Praxis geht oder ob jemand sagt, okay, wir machen heute eine Kombination, wir gehen heute mal auf den Gletscher und da lassen wir jemanden in der Gletscherspalte ab und dann probieren wir eine lose Rolle und dann schauen wir, was man tut, wenn es Komplikationen gibt oder wenn der bewusstlos ist und so weiter. Man kombiniert da dann quasi ganz gleich ganz viel. Da wird dann viel gleichzeitig gemacht. Also da lernt man erstmal, wie man sich mit Steigeisen bewegt am Weg nach oben zu einer Gletscherspalte. Dann lernt man gleich ein bisschen was über Spalten und die Spaltenkunde. Und wie entstehen eigentlich Gletscherspalten und dann lässt man da jemanden ab. Da kann man vielleicht auch gleich mal HMS-Sicherung zeigen oder wie man jemanden mit einem Tuber ablässt, was da die Vor- und Nachteile und die Unterschiede sind und so weiter. Man kann da wahnsinnig viel reinstecken und kombinieren und das alles an einem Tag mit einer, mit einem einzigen Tätigkeit, also mit einem einzigen Projekt, was man an diesem Tag hat. Und das ist natürlich ein Unterschied. Das hört ihr auch gleich in der Beschreibung. Wenn man aber jetzt davon spricht, dass man ein sehr breites Spektrum an Fähigkeiten abdecken möchte in einem Kurs, dann wird das natürlich schon sehr, sehr viel schwieriger. Und hier habe ich mich dann auch erst mal gefragt, wie gesagt, die wirtschaftliche Seite, wie viel kostet eigentlich so ein Kurs? Und dann habe ich herausgefunden über eine Teilnehmerin an diesem Kurs, okay, 800 Euro kostet dieses Projekt oder dieser Kurs, Bergsteigenkurs, ich weiß nicht, ich finde Bergsteigenkurs ist ein komischer Name. Also eigentlich ist es quasi das Projekt Bergsteigen werden. Und dabei ist quasi die Hütte und der Bergführer mit der ganzen Organisation inklusive. Der erste Klassiker, der mich schon mal wirklich stört und das ist eigentlich bei allen Kursen der Fall, denn sie verwenden unterm Strich alle dieselbe Ausrüstungsliste, dieselbe Packliste. Und es gibt bis heute irgendwie keine Kursanbieter oder Kurse, bei denen das besser oder schlauer gelöst wurde. Denn es gibt halt diese Pauschalliste, die wird den Leuten geschickt und die müssen sie mitnehmen. Und in Wirklichkeit brauchen sie davon einen Großteil gar nicht. Und ich frage mich dann teilweise wirklich, ist man einfach zu faul, eine individuelle und angepasste Liste zu präsentieren, damit das quasi so leicht und so günstig wie möglich für die Teilnehmer wird? Oder sagt man sich einfach, naja, wir lassen das jetzt einfach so, das ist quasi was, das würde jede Eventualität abdecken, das schicken wir den Leuten und dann sollen sie das mal mitnehmen und im Zweifelsfall auch kaufen. Da stehen Dinge dabei, von denen ich mich persönlich frage, ob der Bergführer das eigentlich auch mit hat und ob der Bergführer eigentlich das privat auch mitnehmen würde. Denn das ist ja manchmal auch so ein bisschen diese, ich sag jetzt mal, diese Kluft zwischen einer Alpinschule und dem Bergführer, den sie beauftragen. Denn der Bergführer, den sie beauftragen, hat manchmal vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis von, ich sag jetzt mal, den alpinen Umgangsweisen und dem alpinen Vorgehen, als zum Beispiel die Bergschule sich das vorstellt oder die Bergschule das vielleicht von einem anderen Bergführer sich abgeschaut hat oder gelernt hat. In der Tatsache ist aber, dass diese Alpinschulen, wenn man sich diese Ausrüstungslisten und Packlisten beispielsweise für Hochtourenkurse oder Bergsteigenkurse, von denen es ja noch nicht so viele gibt, mal so nebeneinander anschaut, dann wird man merken, okay, die sehen alle sehr gleich aus. Also gehe ich mal davon aus, ohne das jetzt wissen zu können oder jemandem unterstellen zu wollen, ich gehe mal davon aus, dass das alles kopiert wird und eine Copy-Paste-Geschichte ist und vielleicht auch ein paar Empfehlungen von AV und Co. drin stecken. Aber wenn man im September, Anfang September oder Ende August einen Bergsteigenkurs macht und dann muss man Gamaschen mitnehmen auf einem blanken Gletscher, wo es auch nicht schneit, weil es halt 10 Grad hat am Gletscher, dann frage ich mich schon, ob man irgendwie, weiß nicht, irgendwie, nein, ich kann leider nichts davon sagen, was nicht vielleicht doch irgendwie dann doch sehr beleidigend wäre, aber es ist schon ziemlich schwachsinnig, um das jetzt mal ganz politisch korrekt und freundlich auszudrücken, wenn man versucht, den Leuten diese Standardlisten anzudrehen, die dann unterm Strich überhaupt keinen Sinn mehr machen. Auch wenn man sich überlegt, dass jemand, ja, okay, Karte und Kompass mitnehmen soll, dann muss ich aber auch einen Programmpunkt machen, in dem diese Vorgehensweise authentisch erklärt wird und ein Bergführer, der tatsächlich Karte und Kompass immer noch hernimmt, der ist auch heute nicht mehr so oft zu finden und wie soll der einem dann eigentlich authentisch vermitteln, wie man damit umgeht, auch wenn er das theoretische Know-how hat, dann sollte man aber ehrlicherweise auch sagen, okay, Jungs und Mädels, ich verwende das in der Praxis aber selber wirklich nicht. Das Problem ist, dass hier oftmals die Bergführer, und das hat überhaupt nichts mit den Alpinschulen zu tun, sondern einfach mit einzelnen Bergführern, dann gern mal in diese Rolle des besseren Ichs schlüpfen sollen und sozusagen, naja, ich sage jetzt mal, nach Lehrmeinung, wobei das in dem Fall jetzt eher nicht die Lehrmeinung ist, sondern eine Empfehlung, nach Lehrmeinung oder nach Empfehlung vorgehen, aber nicht nach ihrem eigenen Handeln lehren. Und das kann manchmal sehr sinnvoll sein, weil manche Leute tatsächlich sehr gefährliche Sachen machen, aber das für sich selber verantworten können. Das ist aber manchmal auch ein ziemlicher Quatsch, wenn ich ein Telefon habe und einen guten GPS-Empfang, dann ist es nicht sinnvoll, die Leute mit Karte und Kompass loszuschicken und ihnen versuchen zu lernen, wie man damit sie jetzt orientieren kann. Das ist natürlich eine Fähigkeit, die man brauchen kann, aber sie sollte vielleicht nicht unbedingt Bestandteil eines Kurses sein, der sich mit etwas anderem beschäftigen muss oder soll, gerade wenn die Zeit sowieso schon etwas knapp ist. Und gerade was die wirtschaftlichen Aspekte betrifft, sollte man sich bei diesen Kursen fragen, wenn ich einen Pauschalkurs mache, einen Bergsteigenkurs und für den zahle ich 800 Euro, dann komme ich damit deutlich billiger raus, als wenn ich für jeden einzelnen Bereich, den ich lernen möchte, einen einzelnen Kurs buche. Und deswegen sind diese Bergsteigenkurse, glaube ich, auch relativ interessant mittlerweile, weil es sich um ein günstiges Angebot mit Allround, ich sage jetzt mal, einem Allround-Mantel handelt oder Allround-Umständen, die hier sozusagen suggeriert werden. Dass das nicht ganz so ist oder dass das nur bedingt stimmen kann, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass man für einen Hochstourenkurs inklusive Höhe 600 Euro zahlt, für einen, ich sage jetzt mal, Klettersteigkurs um die 150 bis 200 Euro, für einen Wanderkurs oder Bergwandernkurs nochmal 250 Euro, für einen Eiskletterkurs um die 400 Euro inklusive einer Hündennächtigung, für einen Skitourenkurs gerne mal 700 Euro. Also man sieht, wir kommen, wir schießen da über die 2000 Euro hinaus und sind damit ja im Prinzip dreimal so teuer wie so ein Bergsteigenkurs. Die Frage ist, beim Bergsteigenkurs, auch wenn man natürlich die Skitouren jetzt nur bedingt da reinzählen kann, aber es gibt ja auch noch andere Disziplinen, alleine ein Kletterkurs kann gerne, gut und gerne schon mal 400 Euro kosten ohne Hüttennächtigung, je nachdem, in was für einem Umfang der stattfindet. Aber wir können das gerne jetzt mal auf dem Bergsteigenkurs umlegen und sagen, der ist deutlich günstiger, deutlich erschwinglicher und deswegen natürlich auch ein Stück weit beliebter. Gleichzeitig gibt es aber auch deutlich teurere Angebote für die Bergsteigenkurse von 1200 bis 1500 Euro und hier müssen wir jetzt schon mal fragen, ob die Legitimität dafür eigentlich gegeben ist und woran kann man das am besten messen? Naja, in erster Linie natürlich an dem Angebot, das sie einem machen. Das Angebot ist bei manchen Bergsteigenkursen doch recht, ich sag jetzt mal üppig dafür, dass man sieben Tage unterwegs ist. Also da müssen sie ja schon ordentlich Gas geben und da müssen sie sehr viel Zeit rein investieren und vor allen Dingen und das ist ja immer das große Problem an Kursen, sie müssen davon ausgehen können, dass die Leute, die einen Kurs buchen, auch wirklich schon die Grundfähigkeiten mitbringen, damit sie dann darauf einsteigen können. Das ist nicht ganz so bei Kursen, die beispielsweise für absolute Einsteiger ausgelegt sind. Also wie gesagt, es gibt auch diese Bergsteigenkurse, die für Einsteiger, für Neulinge, für Leute, die das erste Mal in die Berge gehen, gedacht sind. Aber gerade diese Kurse leiden ja unfassbar dann darunter, dass es vielleicht auch Leute gibt, die etwas geschickter und ungeschickter sind und es sich dadurch schon am ersten Tag im Prinzip zu großen Unterschieden in der Qualifikation für weitere Fähigkeiten kommt. Und genau da möchte ich jetzt auch bei diesem Gruppenangebot, bei diesem Kursangebot ansetzen, denn das gibt es natürlich bei allen. Also ich habe das ja schon mal in einer anderen Episode vor einigen Monaten kritisiert, dass ich gesagt habe, ja grundsätzlich ist es schon so, dass Kurse ja ein sinnvolles Angebot sind, da man für einen erschwinglichen Preis oder für einen moderaten Preis eine große, ja eine große Ausbildung genießen kann und die im Idealfall natürlich auch sehr intensiv und sehr hilfreich ist. Aber auf der anderen Seite sollten wir nicht vergessen, dass natürlich auch bei einem Kurs alles sich dann an dem schwächsten Glied orientiert und das kann man ja auch gar nicht anders gestalten. Es ist ja fast, also auch der Bergführer ist ja dazu gezwungen, dass selbst wenn jemand, der die Voraussetzungen nicht erfüllt am Kurs teilnimmt, dass der dann irgendwie mitgetragen wird und darunter leiden natürlich auch dann Einzelne, die schon deutlich schneller wären oder deutlich besser oder vielleicht auch schon ein bisschen Vorahnung mitbringen. Aber das ist ja ein anderes Thema, das hat jetzt nicht so viel mit dem Bergsteigenkurs zu tun. Der Bergsteigenkurs allerdings ist im Prinzip die Manifestation dieses Problems, denn hier sehen wir natürlich extreme Unterschiede in den Qualifikationen der einzelnen Teilnehmer. Denn natürlich gibt es die einen, die wirklich aus dem Flachland kommen und aus der Großstadt irgendwo in Berlin und sich dann auf den Weg machen, denn sie wollen auch endlich mal in die Berge und da können sie dann viel Spannendes entdecken. Auf der anderen Seite gibt es da aber auch die ambitionierteren Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt so einen Allround-Kurs, damit ich dann wirklich viel machen kann und bei vielem einsteigen kann etc. Und das sind natürlich zwei vollkommen unterschiedliche Welten, gerade wenn Letztere eine gewisse Vorerfahrung schon mitbringen, schon mal ein bisschen unterwegs waren oder schon ein paar Berge gesehen haben oder sich vielleicht auch nur theoretisch mit den ganzen Techniken und Praktiken beschäftigt haben und der weiß nicht, aus Berlin, Hamburg oder was weiß ich oder aus Amsterdam, der hat das eben noch nicht gemacht und sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Und diese Unterschiede, die sorgen dann in einem Bergsteigenkurs natürlich viel mehr als bei anderen Kursen dafür, dass dieses schwächste Glied, weil es eben so schwach ist unter Anführungszeichen natürlich, dann letztlich nachgezogen werden muss und sich daran angepasst werden muss. Das ist ein großer Nachteil an Kursen, die wirklich eine ganz, ganz breite Masse ansprechen sollen. Dieses, diese günstige Einstiegspreis ist natürlich nur damit zu erklären, dass die Inhalte, ich sage mal, etwas komprimiert sind. Das liegt natürlich auch an den Kosten, an den Kosten, sage ich schon, an den Tagen, die man dort verbringt. Denn wenn man jetzt sieben Tage oder fünf Tage oder neun Tage dort verbringt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man wirklich, naja, das gesamte Spektrum des Bergsports abdecken kann. Selbst wenn wir nur von den Sommerdisziplinen, also Klettern und Hochtouren, ich sage jetzt mal vielleicht noch Klettersteige und das klassische Bergsteigen, wenn man das alles zusammenfassen möchte, dann sind wir neun Tage eng. Also das wird in neun Tagen eine ganz schön knappe Kiste und ich kann mir nicht vorstellen, dass man es schafft, in neun Tagen alles so zu lernen, dass die Leute selbstständig unterwegs sind. Und meine Erfahrung jetzt, oder aus den Gesprächen mit der einen Teilnehmerin da aus diesem Kurs, hat das auch relativ gut gedeckt. Das war schon immer so ein bisschen meine Befürchtung, als ich das erste Mal von diesen Kursen gehört habe, war ich da von Anfang an sehr skeptisch und sehr kritisch, denn ich habe befürchtet, dass es sich eben in diesen Zeiten nicht ausgeht, ein angemessenes Angebot für Kursteilnehmer zu entwickeln. Und diese Bergsteigenkurse, die sind genau das, ein unangemessenes und unfertiges Projekt und man schnuppert im Prinzip überall so ein bisschen rein, aber das hat ja mit Materie oder das hat ja was mit Substanz, hat das ja nichts zu tun. Und das ist, das ist ein Problem technischer Natur, wenn ich neun Tage, in neun Tagen versuche, eine, weiß ich nicht, eine Bachelorarbeit zu schreiben, dann kann die nicht so gut werden oder Doktorarbeit, dann kann die nicht so gut werden, wie wenn ich mir dafür neun Monate Zeit nehme oder neun Wochen. Das wird immer besser, je mehr Zeit man sich dafür nimmt, je mehr Einsatz man da gibt. Aber nachdem ein Tag halt, und ich weiß, da werden jetzt viele überrascht sein, wenn man 24 Stunden hat, geht halt nur so viel und auch der Körper hat nur so und so viel Kapazitäten und Kraft, etwas Neues zu lernen, etwas Neues auszuprobieren, Übungen zu machen und das Ganze ist natürlich auch immer mit einer gewissen Grundanständigung verbunden, gerade wenn man überhaupt keine Erfahrung im alpinen Raum hat oder keine Erfahrung mit dem Bergwandern, mit dieser sportlichen Betätigung, mit dem Leistungshintergrund, der natürlich in gewisser Weise dahinter steht, denn man muss ja schon in einer angemessenen Zeit, sag ich mal, Höhenmeter machen können, damit man auch seine zeitlichen Ziele an einem Tag erreichen kann, damit man dann die Lerninhalte umsetzen kann. Das alles ist schon auch geprägt von einer gewissen Herausforderung und das unterschätzen ja, vielleicht nicht unbedingt viele, aber der eine oder andere unterschätzt das jedenfalls. Somit sind die Kursteilnehmer natürlich in gewisser Weise ein Problemfaktor, würde ich nicht sagen, aber ein Faktor, den man berücksichtigen sollte, wenn man so einen Kurs buchen möchte, denn die anderen Kursteilnehmer bringen ihre eigenen Voraussetzungen mit und die können von den eigenen doch sehr abweichen, sag ich jetzt mal. Nun ist es so, dass bei diesen Bergsteigenkursen eben diese, ich sage jetzt mal sieben Tage, nehmen wir jetzt einfach mal sieben Tage als Beispiel, denn die Dauer, die unterscheidet sich dann, ich sage jetzt mal stellenweise, stellenweise schon von Kursanbieter zu Kursanbieter. Da gibt es welche mit fünf, sieben und neun Tagen. Es gibt auch, ich habe auch welche mit acht Tagen gefunden, es gibt ja ein paar Anbieter, die das machen. Und wenn man sich das Angebot anschaut, da steht, ja, du kannst dich jetzt hier zum Bergsteiger ausbilden lassen, du bist dann ein Allround-Talent, aber wie soll das funktionieren? Wenn ich jetzt überlege, ich persönlich, wenn ich jetzt Alpinklettern lernen möchte, wie viel Zeit muss ich mir denn dafür dann nehmen? Oder sagen wir mal Sportklettern, fangen wir mit Sportklettern an. Wie viel Zeit muss ich mir nehmen, damit ich Sportklettern lernen kann? Ich würde jetzt mal persönlich tippen, wenn jemand, der jetzt relativ fix im Kopf ist und auch sportlich ist, dann kriegen wir das Sportklettern an einem Tag, aber zu wirklich neun Stunden dauerhaftem Training, Üben, Erklären, Lernen und so weiter, dann kriegen wir das in neun Stunden hin. Davon bin ich relativ überzeugt. Wenn wir vom Thema Hochtouren sprechen, dann würde ich sagen, ja, das wird ungefähr drei Tage dauern. Reine Hochtouren-Inhalte, drei Tage, das sollte eigentlich funktionieren. Wie gesagt, wieder mit den gleichen Voraussetzungen. Dann schauen wir uns noch das Thema Alpinklettern an, das wäre dann sozusagen der Aufbau auf den, auf das Sportklettern. Wenn wir da in zwei Tagen durchkommen, dann sind wir schon relativ gut, finde ich. Ich würde sagen, da könnte ein dritter Tag nicht starten, aber ich würde sagen, wenn man das jetzt wirklich vollstopft, die Tage, dann kommt man auch in zwei Tagen nochmal durch. Dann sind wir jetzt aber schon bei sechs Tagen. Und das alles sind aber fachspezifische Kurse. Und diese fachspezifischen Kurse, die konzentrieren sich darauf, innerhalb ihres eigenen Kursökosystems sozusagen, das Maximum an Lehrinhalten rauszuholen. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, das geht sich ja immer noch aus. Die sechs Tage, das sind ja immer noch weniger als neun, oder weniger als sieben. Aber wir reden ja hier von einem Bergsteigenkurs. Wir müssen ja hier die Linie oder die Grundvoraussetzung wo ganz anders ansetzen, als bei einem Kurs, wo jemand mit Vorerfahrung kommt, mit Alpinererfahrung, mit Bergerfahrung und sozusagen eine spezifische Richtung sich aneignen möchte. Und genau hier sehe ich eigentlich die größten Probleme für dieses Angebot. Denn der Bergsteigenkurs, der möchte das alles in sieben Tagen schaffen, fängt aber bei der Grundvoraussetzung an, dass man quasi auf zwei Beinen stehen kann. Dann müssen die Leute mit Bergschuhen anrücken, müssen sich sehr viel Equipment kaufen und Ausrüstung, ziehen dann in die Berge und müssen erstmal lernen, in der alpinen Umgebung sich vielleicht ein bisschen zu orientieren, sich ein bisschen wohlzufühlen, die Exposition gegenüber der Natur zu verstehen, auch das Gehen etwas lernen. Ja, ich weiß, wir Bergsteiger, die schon länger dabei sind, wir können uns das nicht ganz vorstellen, aber es ist nun mal so, dass man sich auch an das ganze Gehverhalten und so weiter, gerade wenn man erwachsen ist und noch nie in den Bergen war, gewöhnen sollte, dass man nicht zu schnell geht, nicht zu langsam geht, dass man das richtige, ja ich sag jetzt mal, Bekleidungsmanagement mitbringt, dass man sich ein bisschen auszieht, wenn einem warm wird, damit man dann nicht komplett nass geschwitzt ist und wenn man weiter oben ist, einem kalt ist. Das sind Dinge, die packen wir aus dem FF raus und das ist eigentlich für uns gar kein Thema und selbstverständlich, aber für Leute, die noch nie einen Berührungspunkt mit den Bergen hatten, ist das natürlich ein Thema oder natürlich etwas, was gelehrt und besprochen werden muss. Das dürfen wir nicht vergessen und von diesen Basics müssen wir ausgehen. Und wenn wir jetzt sieben Tage haben und ich für die fachspezifischen Sommerkurse jetzt mal sechs Tage einrechne, wo man wirklich schon mit sehr viel Stress unterwegs ist, also mit sehr viel Zeitdruck, da darf niemand langsam sein im Kopf. Da muss schon eine gewisse kognitive, aber auch physische Fitness da sein, dass man das in sieben Tagen oder sechs Tagen hinkriegt. Und dann fehlen da aber immer noch diese ganzen Basics, die meiner Meinung nach sich nicht in einem Kurs erlernen lassen, die sich nur durch Erfahrung sammeln erlernen lassen. Und dann müssen wir ja noch auch mit einbeziehen, dass die Leute in gewisser Weise auch einen Klettersteigkurs dann kriegen. Also wenn wir da nochmal einen Tag draufrechnen, dann sind wir eh schon bei sieben. Und wir sind immer noch nicht beim Wandern angekommen. Wir sind jetzt nur bei den fachspezifischen Kursen. Das heißt, diese Bergsteigenkurse, die versuchen im Prinzip, diese ganzen Basics mitzunehmen, denn das müssen sie, weil sonst können die Leute, die da teilnehmen, ja alles weitere, all diese fachspezifischen Informationen gar nicht aufnehmen, gar nicht verstehen, was ich damit meine oder was ich damit mache. Aber das ist natürlich absurd, denn wir können diese Basics, wenn wir jetzt sagen, wir müssen drei, vier Tage darin investieren, dass wir mit den Basics fit sind, dass wir wissen, wie bewegt man sich vielleicht auch im Einsergelände, kann ich meinen Schuhen vertrauen, wie viel Reibung funktioniert bei Bergschuhen und so weiter. Das sind Themen, die müssen besprochen werden mit einem Menschen, der noch nie in seinem Leben in Bergschuhen stand. Man muss sich auf dieses Level der Basics begeben, sonst ist das natürlich auch eine sehr gefährliche Geschichte. Nun ist es so, dass wenn man drei, vier Tage sich Zeit nimmt, um diese Basics zu klären, und die braucht es meiner Meinung nach, und das ist ja dann quasi schon ein Schnelldurchleifung, weil die Erfahrung, die fehlt ja dann noch. Wir reden ja jetzt immer noch von Theorie in praktischen Übungen umsetzen und nicht von echten Erfahrungen sammeln. Echte Erfahrungen sammeln ich auf Bergtouren, aber nicht von einer Hütte irgendwie zehn Meter rausspazieren, dann ein bisschen über den Fels gehen, ein bisschen über das Geröll gehen und so weiter und dann wieder zurückgehen. Das ist ja keine Erfahrung sammeln in dem Sinne, das ist etwas Üben. Und jetzt gehen wir mal davon aus, drei, vier Tage braucht es und drei, vier Tage, dann ist alles halbwegs gegessen und man kann sich halbwegs bewegen in diesem Terrain. Okay, aber dann sind ja nur noch drei Tage übrig. Aber wir haben ja noch sechs oder eigentlich sieben Tage spezifisches Fachprogramm. Wie sollen wir das denn umsetzen, wenn wir nur sieben Tage Zeit haben? Wir haben jetzt noch drei Tage. Was machen wir in den drei Tagen? Und hier wird es jetzt tricky. Bei diesen Bergsteigenkursen geht es ja oftmals darum, dass dieses Angebot lautet, ja, du kannst danach alles. Du bist danach ein Allrounder. Aber wenn ich dieses Angebot wirklich so betrachte, also als ein Angebot für jemanden, der von null auf Bergsteigenniveau kommen möchte, dann ist das natürlich utopisch zu glauben, dass man dann alles kann, dass man die Fachfähigkeiten sich erlernen konnte, dass man wirklich jedes Detail verstanden hat, dass man verstanden hat, wie physikalische Zusammenhänge funktionieren, dass man verstanden hat, wie man sich Kräfte einteilt, dass man verstanden hat, wie man Kräfteverteilungen bei einem Standplatz richtig macht, wie man aus einem Stand mit einem unsicheren, einem sicheren Fixpunkt eine vernünftige Kräfteverteilung macht, damit dieser Stand dann auch hält oder macht man doch lieber eine Reihenschaltung. Das sind Geschichten, die brauchen sehr viel Zeit, sehr viel Besprechung, da kommen sehr viele Fragen wieder zurück. Das kann ich garantieren und das alles schafft man dann nicht nur in drei Tagen und da reden wir nur von einer einzigen Disziplin, nämlich dem Klettern und ich gehe nicht davon aus, dass das geht. Und jetzt da kommt aber die Lösung. Die Lösung, die diese Kursanbieter, oder eigentlich sind es ja nicht die Kursanbieter, sondern die Bergführer, die in dieser Situation das Umsetzen übernehmen müssen, die kommen jetzt mit einer mehr oder weniger eleganten Lösung daher. Sie sagen, wir machen alles, denn das war ja auch das Angebot. Sie müssen das Angebot ja in gewisser Weise einhalten. Sie machen alles, aber alles halt nur so anschneiden. Und das ist aber eine für mich extrem gefährliche Art des Lehrens. Wenn ich jemandem sage, du machst jetzt, weiß ich nicht, du schreibst eine Prüfung in Mathematik, so, Differenzialgleichungen, und dann schnuppern wir in dieses Thema rein und sagen, ja, schau mal, was man mit Differenzialgleichungen theoretisch machen könnte und was man damit berechnen kann. Und dann letztlich geht es aber nie in die Praxis. Dann setzt man das nicht um. Dann gibt es keine Fallbeispiele oder Sonstiges. Sondern es gibt nur dieses vage, was könnte man eigentlich tun. Die Vorgehensweise, wie Differenzialgleichungen gelöst werden, darum geht es nicht. Es geht nur darum, was man damit machen kann. Man zeigt ein bisschen was. Man zeigt, wie etwas berechnet wird, beispielsweise. Wie etwas gelöst wird. Aber nicht den Vorgang in die einzelnen Teile und Schritte zerlegt und warum das so ist und warum man das so macht. Und das ist beim Bergsteigenkurs eigentlich sehr ähnlich. Denn wir schauen uns an, wie man abseilt. Aber wir schauen uns nicht an, wie man jetzt vielleicht aus welchem Stand abseilt, ob ein Stand gut ist zum Abseilen oder nicht, ob es ein Abseilstand ist, was der Unterschied zwischen einem Abseilstand und einem normalen Stand ist und sozusagen eine Selfmade-Variante von einem Abseiler und so weiter. Das schauen wir uns nicht an. Aber wir schauen uns an, wie man abseilt. Das hat zwar überhaupt für sich allein überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Also damit kann man nichts anfangen. Denn die Fähigkeit abzuseilen, die hat einen noch nirgends hochgebracht und runter bringt sie einen in der Regel übrigens auch nicht. Aber man kann sagen, man hat da ein bisschen reingeschnuppert. So, dann kann man ein bisschen am Gletscher spazieren gehen. Dann geht man ein bisschen am Gletscher spazieren und dann geht man so in die Eiszone mit den Stahlgeisen ein bisschen spazieren. Und dann sagt man so, man hat jetzt auch ein bisschen das Hochtouren-Thema reingeschnuppert und man hat sich mal eine Spalte angesehen und dann geht man wieder zurück. Und dann ist das Hochtouren-Thema auch gegessen. Das braucht auch einen Tag. Also bis ich am Gletscher war, am Gletscher ein bisschen spazieren gegangen bin und so weiter und so fort, das dauert ja auch einen Tag. So, und dann hat man sich in mühsamer Arbeit das Abseilen an einem halben Tag angesehen. Dann hat man sich vielleicht an der anderen Hälfte des Tages noch die Klettersteige angesehen, wie man mit dem Klettersteig richtig umgeht oder mit dem Klettersteig-Set richtig umgeht, was man da mitnehmen sollte, was es braucht, wo auch man aufpassen sollte und so weiter. Weil Klettersteig ja noch die simpelste Form all dieser Spielarten des Alpinismus oder all dieser Disziplinen des Alpinismus ist. Und dann, ja, dann schnuppert man noch so ein bisschen ins Klettern. Da lernt man dann noch so ein bisschen, wie das Klettern so ist. Dann darf man dann im Nachstieg ein bisschen herumkraxeln. Dann schaut man sich an, wie man sichert. Und dann ist dieses Thema auch wieder vorbei, weil das dauert ja auch wieder einen Tag, bis man da sieben Leute durchgebracht hat oder acht oder neun oder sechs Leute, wie auch immer. Also halt eine ganze Kursgruppe, auf deutsch gesagt. Und das heißt, wir haben die vier Tage Basics, sodass niemand in den Bergen sterben wird, einfach nur durch die Tatsache, dass er dort ist. Und dann haben wir noch einen Tag, so Klettersteig und vielleicht ein bisschen Abseilen und ein bisschen, vielleicht über schwere Passagen, wem drüber helfen, mit einem Seil und so weiter. Und dann haben wir einen Tag Hochtouren, Schnupperei und dann haben wir noch einen Tag, schnuppern, so ein bisschen ins Sportklettern eigentlich. Und dann ist der Kurs vorbei, weil dann sind sieben Tage rum. So. Und dann sind sie Allrounder. Haben sie irgendeine Ahnung, wie man die ganzen, die ganzen Techniken, die so am Gletscher braucht, umsetzt? Wie man jemanden aus einer Spalte wieder rauskriegt, wenn jemand reingefallen ist? Können sie, haben sie das lange genug geübt, dass sie das wirklich ohne viel nachzudenken können? Können wir diese Fragen alle mit Ja beantworten? Ich glaube es ja fast nicht. Denn es hat ja einen guten Grund, warum Hochtourenkurse drei Tage lang gehen. Warum Alpinkletterkurse drei Tage lang gehen. Warum ein Klettersteigkurs den ganzen Tag lang geht. Warum ein Sportkletterkurs zwei Tage geht. Das hat ja alles Gründe. Und diese Gründe darf man nicht einfach vernachlässigen und wegwerfen und sagen, wir kriegen das auch schneller hin. Denn es wird immer das Angebot drunter leiden. Und wenn man drunter dann quasi einen Schlussstrich zieht und sagt, so jetzt habt ihr aber alles gesehen. Dann ist das nicht das gleiche, wie wenn man sagt, ihr könnt alles. Denn hier kann niemand irgendwas. Eine Disziplin zu können heißt, alle Inhalte, die auf der einen Seite die Lehrmeinung, aber auf der anderen Seite auch die Praxis so hergibt und fordert, all diese Inhalte zu beherrschen. Mit jeder Situation innerhalb dieses Ökosystems, innerhalb dieser Disziplin umgehen zu können. Am Klettersteig die Situation einer schwächeren Person zu haben, am Klettersteig richtig zu sichern, am Klettersteig richtig umzuhängen, am Klettersteig mit Steinschlag umzugehen, das Gelände richtig einzuschätzen, die Schwierigkeiten richtig einzuschätzen, das dauert alles. Das dauert alles insgesamt mindestens einen Tag. Und wenn man das dann aber abkürzt und ich sage jetzt mal die unter Anführungszeichen unwichtigen Teile rauskürzt, dann kriegt man das natürlich auch schneller hin. Da bin ich mir sicher. Aber dann kann man nicht davon sprechen, dass man diese Disziplin jetzt kann und dass man in dieser Disziplin jetzt selbstständig irgendwelche Touren planen kann. Und da stelle ich mir jetzt nun schon die Frage, wofür gibt es dann diese Kurse eigentlich? In alles reinzuschnuppern, dafür ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Also da finde ich das Angebot falsch. Auf der anderen Seite möchte ich aber jetzt auf diese ganze Kritik jetzt auch nochmal mit ein bisschen Lob reagieren. Für viele Leute, die, ich sage jetzt mal, eine vage Ahnung davon haben, was man in den Bergen so machen kann. Für die ist dieses Angebot wahrscheinlich genau das Richtige. Denn hier wird gezeigt, was alles möglich wäre. Aber man muss es dann eben auch richtig verkaufen unter dem Gesichtspunkt, dass man sagt, ihr werdet alles einmal sehen. Ihr werdet sehen, was möglich ist. Ihr werdet sehen, was man alles machen kann. Aber wir werden es nicht machen. Denn das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und wenn man diesen Unterschied betont und unterstreicht, auch im Angebot, nicht erst im Kurs, dann, wenn die Leute enttäuscht sind, dann glaube ich ehrlicherweise auch, dass dieser Kurs eine Daseinsberechtigung hat. Denn viele Leute, die mit den Bergen noch nie etwas zu tun haben, die wollen sich nicht gleich in eine Richtung spezialisieren. Und die wollen aber gleichzeitig auch mal erste Basics in den Bergen lernen. Dafür gibt es Wanderkurse und Bergwanderkurse, die sind ein ganzes Eck billiger. Aber die hängen dann quasi nicht schon etwas fortgeschrittenere Themen dran. Und für viele Leute wirkt das reine Wandern von außen betrachtet langweilig. Ich persönlich bin zum Beispiel da ganz anderer Meinung. Ich finde, das Wandern ist etwas sehr Spannendes, wenn man es dann spannend gestaltet. Ich finde Wanderungen, an denen man sehr viel lernen kann, auf denen man sehr viele Berge zu sehen bekommt, über die es sehr viele interessante Geschichten gibt, von berühmten Alpinisten, aber vielleicht auch von spannenden Routen und so weiter. Das finde ich sehr interessant und das kann man mit Wanderungen sehr gut verbinden. Aber es gibt halt eben viele Leute, die sagen, Wandern ist langweilig und möchten das sozusagen nur als Randaspekt betrachten und wollen aber eigentlich in eine sehr spezifische Richtung gehen. Das kann ich nachvollziehen und ich glaube, dafür sind diese Kurse vielleicht ganz gut geeignet. Aber dann muss man natürlich auch sagen, diese Kurse machen einen zu nichts in den Bergen. Zu keinem Kletterer, zu keinem Hochtourengeher, zu keinem Alpinisten, zu keinem Alpinkletterer, zu keinem Klettersteckgeher. Die machen einem zu nichts. Die machen einen übrigens auch nicht zu einem erfahrenen Wanderer. Denn der erfahrene Wanderer, der hat viele Jahre auf dem Buckeln, in dem er schon in den Bergen herumgewandert ist. Und Erfahrung kann man sich nicht kaufen. Und Erfahrung kann man übrigens auch nicht ersprinten. Man muss Zeit haben und man muss sich die Zeit nehmen, damit man diese Erfahrungen sammeln kann und dann letztlich an ihnen wachsen kann. Das kann einem kein Kurs, egal zu welchem Preis, abnehmen. Das ist eine vorgegaukelte Sicherheit, aber auch eine vorgegaukelte Abkürzung. Und deswegen halte ich diese allgemein gehaltenen Bergsteigenkurse, in denen jedes Topic so ein bisschen reingeschnuppert wird, für schwierig. Ich sage nicht, dass sie falsch sind und ich glaube auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass es dafür eine Zielgruppe und einen Markt gibt, die vielleicht davon profitiert, die vielleicht die Bergsteiger von morgen oder übermorgen werden. Aber heute, in diesem Kurs, werden sie keine Bergsteiger. Das müsste man ihnen auch wirklich ehrlich so sagen. Die Bergsteigenkurse sind etwas Spannendes, denn sie sind etwas Neues. Erst in den letzten Jahren entwickelten sie sich so Allround-Kurse für Leute, die wenig Zeit haben und nicht alles so vertieft machen wollen. Natürlich, wenn man das ganze Spektrum des Bergsteigens abdecken möchte, dann muss man sich alleine in den Kurstagen, sage ich jetzt mal, im Monat, also 30 Tage, 20 bis 30 Tage Zeit nehmen und das alles sind dann quasi nur die Kurse. Die Erfahrungen, die muss man ja dann auch noch sammeln. Also wenn man jetzt wirklich das komplette bergsteigerische oder alpinistische Spektrum abdecken möchte, dann kommt man ungefähr auf 20 bis 30 Tage. Und dann erst, erst dann kann man sich überlegen, ob man wirklich ein Profi in allen Gebieten ist oder nicht. Erst wenn man dann sozusagen die ganzen Erfahrungen auch noch gesammelt hat, die man in diesen Kursen, wo man in diesen Kursen an die Hand genommen wurde, da muss man dann selbstständig werden und diesen ganzen Inhalt auch noch selbstständig umsetzen. Und dann, dann hat man auch eine Antwort darauf, was einen wirklich bewegt in den Bergen, welche Disziplinen es wirklich sind, die einen ansprechen und was man in den Bergen noch vorhaben möchte und ob man sich nun als einen erfahrenen und ich sag jetzt mal guten Bergsteiger einschätzen kann, einstufen kann in seinen Subdisziplinen oder nicht. Mit dem reinen Reinschnuppern in alle Disziplinen ist das noch lange nicht getan. In diesem Sinne, diese Erfahrung für mich persönlich und sie auch jetzt nochmal mit euch zu teilen, diesen Bergsteigenkurs mal selbst zu sehen, Erfahrungsberichte daraus zu hören und auch selbst nochmal ein bisschen mehr mich mit der Materie zu beschäftigen, dieser Allround-Kurse, dieser All-in-One-Kurse könnte man sagen, das war für mich eine recht spannende Reise. Ich würde in erster Linie mal interessieren, ob ihr schon mal was von einem Bergsteigenkurs gehört habt. So einem Kurs, wo man quasi alles unter Anführungszeichen lernen kann. Das würde mich sehr interessieren, schreibt mir das deshalb sehr, sehr gerne in die Kommentare, denn ich persönlich hatte damit noch sehr wenig Berührungspunkte und ich kenne es auch erst seit wenigen Jahren. Vielleicht ist ja unter euch jemand, der auch so einen Kurs gemacht hat und da würde mich der eine oder andere Erfahrungsbericht sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Ich glaube, Vielen Dank.